Hey, hallo, ich bin's, Claudius Fabich von Blue Hawaii, heute mal in Beverly Hills. Da drüben in der stattlichen Villa wird gerade gedreht und wir gucken uns das mal an. Ja, und wir drehen ja auch, nämlich unsere positiven Studien zur Sonne. Da habe ich Ihnen eine mitgebracht. Sonne wirkt schlechter Stimmung entgegen. Und das hat Prof. Dr. Sigrid Kasper, Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Universität Wien herausgefunden. Also, ab in die Sonne und die Stars hier, die meisten jedenfalls, die haben zu Hause ihre eigene Sonne, ihr Heimsolarium. Wenn Sie mehr über diese Studie und auch hunderte andere Studien zum Thema die biopositiven Effekte der Sonne erfahren möchten und natürlich über unsere auf heiliger Erde Mauis gesegnete Kosmetik Blue Hawaii, dann gehen Sie auf bluehawaii.de. Ach, und wenn Sie in die Sonne gehen, machen Sie das bitte hauttypengerecht, maßvoll und schützen Sie Ihre Augen. Bis zum nächsten Mal. Hang loose. Bis zum nächsten Mal.